Ja, Leute, es gibt Eiscreme, kostenlose Eiscreme für alle, aber warum steht da Eiscreme und warum ist das so ein alter, verrosteter Bus? Und warum sitzt da so ein gruseliger Mann hinter dem Steuer? Ach, egal, es ist kostenlos, also kann sie nicht schlecht sein. Ja, vielleicht auch doch. Leute, wir spielen Free Ice Cream, ein Browser-Game, das soll ziemlich gruselig sein. Wurde mir irgendwann mal in den Kommentaren empfohlen, ich weiß leider nicht mehr wann oder wo, sonst würde ich mich bei der Person jetzt bedanken. Aber, ja, ich hab's mal aus den Tiefen meiner Favoriten herausgekramt und jetzt werden wir's zusammen spielen. Ich hoffe, wir werden's auch durchspielen. Soll nicht allzu lange gehen und, naja, das passiert mit kleinen Mädchen, wenn sie kostenlose Eiscreme wollen. Oh, das arme Kind ist jetzt hier im Keller und gefesselt, oder wie? Was haben wir denn da? Ein Haufen Dreck, nichts, womit ich was anfangen könnte. Na gut. Ich kann's von hier aus nicht sehen. Könnte ich ja das Regal hoppeln, oder was? Ach, sieh mal, das geht sogar. Hey, Ostersee! Ich sollte lieber ruhig sein, weil, wenn er nochmal kommt, dann ist es um mich geschehen. Vielleicht kann ich mich losschneiden mit dem Glas. Das hab ich mir direkt gedacht. Ist ja offensichtlich. Oh, ein Glück. Ah, das Regal sieht aus, als wäre es leicht zu bewegen. Hm, warte mal. Ich komm von hier aus nicht dran an den Luftschacht. Vielleicht kann ich das verschieben. Und mir eine Leiter bauen damit. Oh Gott, das ist doch... Da ist Blut über der ganzen Wand verteilt. Oh Mann, ich hab's... Ach, da gibt's ja auch noch was. Da ist ein kleiner Luftschacht über dem Boden. Aber da kommt sie wohl nicht rein. Vielleicht, naja, das ist sehr schmal. Äh, fast. Soll ich's nochmal? Ich versuch's einfach. Oh, das arme Kind. Nein, er kommt. Ich soll mich besser verstecken. Ja, dann mach, komm schnell unter die Treppe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das arme Kind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das arme Kind. Oh, was für ein ekelhafter Typ, oder? Nein, ich will nicht. Ich will da raus. Komm. Gibt's hier noch was? Warte mal. Ich kann das nicht benutzen. Und da ist immer noch nichts, was ich brauchen kann. Boah. Ich kann das nicht mehr nutzen. Ja, soll ich... Oh, soll ich dem jetzt echt hinterherlaufen? Das ist doch... Oh, bitte nicht. Okay. Was ist das? Äh, die Tür ist versperrt durch Spinnenweben. Ich kann die... Ich kann den Sicherungskasten dahinter sehen. Na gut. Oh, toll, die Treppen sind kaputt, oder? Da ist alles weggebrochen. Ach, das ist so ein Treppenlift hier. Der Treppenlift hängt in der Mitte fest. Ah, okay, da werde ich mir was... Ach, da ist ein Knopf. Vielleicht kann ich den damit bewegen. Das scheint echt der einzige Weg hier raus zu sein. Ah, es passiert nichts. Verdammt. Boah, ich will hier nicht. Das ist so. Das arme Kind. Was, das ist eine Miet? Das ist eine Miet. Warte mal, was habe ich da? Niemand kann mich jetzt sehen. Was? Das Fenster ist versperrt durch Holzbretter. Ich muss einen anderen Weg rausfinden. Ich kann das Telefon nicht benutzen. Die Schnur ist durchschnitten. Oh Mann. Kann ich... Was ist das Vieh denn da? Verdammtes blödes Tier. Na, das sagt man aber nicht hier. Das lest du jetzt nicht so. Böses Wort. Die Katze liegt auf dem Sofa. Was ist das? Aha. 1977. Der sieht aber ein bisschen alt aus für das Jahr. Naja, vielleicht war da irgendwas anderes. Das ist ein seltsames Gemälde. Äh, da ist ja auch Blut auf dem Sofa, oder? Boah, die Katze ist die Katze des Bösen, glaube ich. Oh, er kommt. Ich sollte mich verstecken. Okay, okay. Oh Gott. Das ist ja gemein. Nee, dann gehe ich erstmal die andere Tür. Wenn der da drin ist, dann... Da macht man irgendwas und auszusehen lockt man ihn dann an. Was wäre, wenn ich jetzt... Wenn ich mich nicht versteckt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich tot. Das... 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 Tischtuch hat grüne Flecken drauf. Ja, auch hier ist das Fenster verbarrikadiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Außer das Frühst... Was? Ich tasche Frühstücksglocken. Einen losen Katzenfutter. Ich kann da nicht drauf reichen. Was haben wir hier? Das ist eine Schublade, oder? Das ist echt verdammt klein. Die Küchenschublade ist abgeschlossen. Ich frage mich, was da drin ist. Muss wichtig sein. Oh, da ist doch was. Ich hab eine... Oh, Rattengift. Boah, nee, du hast... Nee, ich befürchte grad. Mir schwant übles. Kann ich den Hocker nehmen? Oh, ist das gemein. Nee, ich weiß, was ich tun muss. Aber das ist gemein. Also, ich kann mir denken, was ich tun muss. So, kletter mal rauf. Und die Dose Katzen... Brecki ist wahrscheinlich sowas. So, Trockenfutter. Ja. Oh, guck mal, die Katze. Viscas ist das sogar. Der mag seine Katze, aber wenn er hier so gutes Futter kauft, glaube ich. So, warte mal. Das... Die ist doch ganz schön fix. Warte mal. Oh, das ist so gemein, ey. Das ist so gemein, Leute. Ich hab das Rattengift mit dem Katzenfutter gemischt. Oh. 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 Ah, ist das eklig. Die lässt nur... Die kackt sich grad ein. Ach, wie gemein ist das denn? Oh, das arme Tier. Oh, die arme Katze. Hä? Wam... Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Dann ist der ja gar nicht in dem... Okay. Was ist das denn? Was hatte die Katze da? Ach, das ist ein Staubwedel. Ah, ein Staubwedel. Warte mal. Ach, ich kann auch rennen mit Doppelklick. Das ist ja interessant. Kann ich jetzt vielleicht hier mit... Ach so, die meinten mit das da, dieses Ding hier. Ich dachte, so ein Staubflusen-Futon, irgendwas für das Sofa. Keine Ahnung. Jetzt kann ich an den Sicherungskasten. Oh. Das lass ich erst mal. Das lassen wir erst mal. Ich geh nochmal hier rein, in die Küche. Was haben wir da? Da ist noch eine Tür. Oh, die Katze immer noch. Oh, wie gemein. Die arme Katze. Was? Die Tür zum Kühlschrank ist blockiert oder abgeschlossen. Vielleicht muss ich das Keypad benutzen. Was? Das Keypad funktioniert nicht. Ich hab keinen Strom. Hä? Wo ist denn der Typ? Das gibt's doch gar nicht, wenn ich hier in allen Räumen... Na gut, vielleicht ist er wirklich im Freezer, also im Kühlschrank. Das ist aber so ein richtiges... ...Kühlhaus, also... Warte mal, ich muss es wahrscheinlich auf die Küche. Zack. Denn jetzt hab ich Strom und kann wahrscheinlich das Keypad benutzen. Ne, warte hier. Ne, doch, andere Tür. Egal. Oh, Mann. Ich will hier raus. Das ist voll bedrückend, irgendwie das arme Kind. Ach, jetzt kann ich... Oh, guck mal, die Katze immer noch. Wie gemein. Ja, ich bin das wirklich gemein. Oh, warte mal. Ach, seht mal, da sieht man sogar die Abdrücke so ein bisschen. 1-9-7-7 wahrscheinlich, ne? Wegen dem Bild. Ach, da steht nicht, dass jemand kommt, dann kann ich's erwagen. Oh, Gott. Oh, hier. Wupp. Höh. Ach, du... Ne, oder? Das ist ihre Freundin, die war am Anfang mit dabei. Ach, du Scheiße. Das arme Kind. Ein kleiner Schlüssel. Oh, nein. Arme Lilly. Ach, du Scheiße. Der hat das Kind hier schon... Boah. Ey, wie böse. Was, ein Mistkerl. Der hat die eine schon... Boah. Dann will ich wenigstens sie retten. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt übrigens. Keine Ahnung. Könnt ihr einen kleinen Schlüssel vielleicht nutzen? Okay. Warte mal, kann ich hier... Okay, das hat keinen Effekt. Dann würde ich sagen, ich stecke mal die Sicherung wieder um. Und zwar in die Hall. Sollte ja der Aufzug funktionieren, oder? Ja, er funktioniert. Was? Ach, toll. Ich gehe nicht hoch, bevor da Licht oben an ist. Mann. Mädchen, wenn du schon so weit bist... Was? Es kommt von oben Licht. Aber ich kann den Aufzug nicht benutzen, weil er hat keinen Strom. Oh, Mann. Ja, meine Güte. Achso, ich weiß was. Ich weiß was. Ich habe hier den kleinen Schlüssel. Vielleicht kann ich jetzt die Schublade aufschließen und da ist eine Sicherung drin. Warte mal, machen wir gleich mal. Ja, ich habe eine Sicherung gefunden. Supi. Oh, komm Mädchen, schnell. Wir wollen hier raus. Ich habe keine Lust mehr hier in dem Haus noch länger Zeit zu verbringen. So, und zwar... Hall. Was? Nee. Jetzt. Hall. So, jetzt aber flott. Ich will hier raus. Ich bin hier weg. Ich frage mich die ganze Zeit, wo ist der Typ? Der steht jetzt nicht oben an der Tür, oder? Was habe ich denn noch alles hier für Möglichkeiten? Die Tür ist verschlossen. Ich denke, das ist das Badezimmer. Okay. Oh, Leute, ich will hier raus. Nein. Alter Schwede. Schnell. Oh, schnell, 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 schnell. Ja, komm, schnell. Oh Gott, der Typ. Der ekelhafte Typ. Hat er hier einfach mal eine Falltür eingebaut? Was ist denn das für ein Arsch? Jetzt aber raus. Oh, oh. Das arme Kind. Ja, die Freiheit. Ende. Okay, das war klein, aber feindelig, mein Meinung. Obwohl, um das andere Mädchen tat es mir jetzt extrem leid. Oh, wie gemein. Nein, nein. Und der Typ lebt sogar noch. Warum hat er nicht seine Strafe bekommen? Naja, gut, Leute. Ihr könnt es ja gerne mal selbst spielen, oder habt es vielleicht schon gespielt, wenn ihr das Video seht. Ja. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Hat übrigens auch gute Bewertungen bekommen. 4,5 von 5. Also gar nicht mal so übel. Ich werde auch noch bewerten. Und, äh, ja. Ich bin der Bro. Sag, hau rein. Oder haut rein. Ja, du hau rein. Du, der du das jetzt siehst. Fühltig angesprochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.